Nach dem relativ frühen Aufstehen, so nachts um zwei Uhr und dem Flug erst über Palma hierher, mit schönem Kaffee trinken gehen, auf Palma de Mallorca, sind wir jetzt in Lugo. Ja, unser Hotel befindet sich ganz in der Nähe von der Altstadt, was ganz praktisch ist, weil so hatten wir nur so zwei, drei Minuten zu Fuß bis hoch auf die Stadtmauer, die jetzt zweieinhalb Kilometer lang ist und von Annette jetzt gleich gelaufen wird. WDR 151. WDR 161. WDR 151. WDR 162. WDR 162. WDR 152. Und wie, weil eigentlich sollte das Fuhn sein, ursprünglich, aber bevor wir das bestellt haben, kam doch dabei raus, es ist wohl eher ein Rind. Ja, aber Wacke habe ich ja dann verstanden. Wir haben jetzt, hoppla, Melusia ist ein bisschen eng mit den Leuten, irgendein bisschen kreisend Drehbuch, aber duftet fein und ja. Und es ist lustig. Es ist lustig, schöner Start. Das ist lustig. Das ist lustig. Das ist lustig. Untertitelung des ZDF, 2020